Neu im Oktober, Anthony Quinn und Jaffet Cotto in einem echten Krimi der harten Welle, Straße zum Jenseits. Hallo. Straße zum Jenseits, ein superharter Actionfilm, der nichts auslässt. Hier fliegen die Fetzen und jeder kennt nur ein Gesetz, sein eigenes. Ja, Stina, 6.30 Uhr. Okay, 6.30 Uhr. Hier stürt du, ja. Gehört einem da drin der 68er Cadillac? Zeit, Bullen. Hier werden 20 Dollar. Alles mit dem Rücken zum Fenster und die Flossen hoch. Hey, zum Teufel, was soll das heißen? Nein, sei vernünftig! Heute haben sie unsere Bank in Harlem beraubt. Sie haben über 300.000 Dollar Kassi. Mach Tally! Das ist doch schon seit der Prohibition aus dem Monat. Ach, meine Methoden erzielen Resultate. Ich schwöre, ich habe nichts gesehen. 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 Vielen Dank.